Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Corona-Virus-Epidemie ist in Ungarn weiterhin auf dem aufsteigenden Ast. Entsprechend den Daten, die Dienstag veröffentlicht wurden, verstarben innerhalb eines Tages weitere 84 Personen und es wurden beinahe 4000 Neuinfizierte registriert. Es gibt immer mehr betagte Kranke, aber auch viele jüngere Menschen werden von dem Virus nicht verschont. Experten warnen, in allen Teilen des Landes können nun Coronavirus-Infizierte vorkommen. Aufgrund der Ergebnisse der Abwasseruntersuchung ist ein weiteres Ansteigen der Zahl der Erkrankungen in mehreren Ortschaften in nächster Zeit zu erwarten. Hierzulande helfen freiwillige Medizinstudenten dem Rettungsdienst bei ihrer Arbeit, damit sie die über die 12.000 Probenentnahmen an einem Tag besser bewältigen können. Die Zahl der entnommenen Proben steigt laufend. An der Auswertung der Tests nehmen mehrere Organisationen teil. So können täglich im Vergleich zu vorher bis zu anderthalbmal mehr, also beinahe 8.000 Proben, eingeschickt werden. Die Ergebnisse werden den Betroffenen innerhalb von 24 Stunden zugesendet. Die Linken würden immer wieder unter Beweis stellen, dass man sich bei der Abwehr des Coronavirus nicht auf sie verlassen könne. Darüber sprach der Fraktionsvorsitzende der Partei Fidesz im Parlament. Janusz Hollas führte als Beispiel die Verschärfung der Quarantäneregeln an, die die Mehrheit der Oppositionellen Abgeordneten vor einer Woche ablehnten. Heute jedoch wurde die Regierung fast ohne Ausnahme von ihnen kritisiert, weil ihres Erachtens nach nichts gegen das Coronavirus getan werde. Auch in diesem Jahr wird es ein ganztägiges Charity-Programm in den öffentlichen Medien geben. Die Kampagne mit dem Titel Yonakilaniyo, also es ist gut, Gutes zu tun, möchte in diesem Jahr Autistenkindern und Familien unterstützen. Am 20. Dezember werden die Spendenangebote im ganztägigen Programm angenommen. Die Spendenhotline ist aber bereits jetzt in Betrieb. Mit einem Anruf unter der Nummer 13 613 oder mit einer SMS an diese Nummer wird pro Anruf und Nachricht die Stiftung gemeinsam für Autisten mit 500 Forint unterstützt. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Masken zu tragen und passen Sie sich auf. Dankeschön. Auf Wiedersehen.